Leute, ich hoffe euch geht's gut. Ich will ein kleines Statement abgeben. Es geht um YouTube. Es geht um die Videos, die wir bis jetzt gebracht haben. Und es geht um Fehler, die wir in diesem Jahr, wo wir schon YouTube machen, unserer Meinung nach gemacht haben. Und diese Fehler haben oft dazu geführt, dass ihr auch unzufrieden seid mit den Videos. Guck mal, wir haben in YouTube-Schämen gedacht. Wir dachten so, okay, was ist YouTube? Und lasst uns YouTube anpassen. So, deswegen haben wir versucht manchmal auf Kampf-Challenges zu drehen und so, aber das sind wir nicht. Deshalb, es wird sich einiges verändern. Wir werden ab jetzt nur noch vloggen, außer wir fühlen mal eine Challenge. Dann machen wir die auch. Aber ihr habt verdient, mehr vor unserem Leben zu sehen, mehr Einblicke. Wir entwickeln uns von Tag zu Tag weiter. Bei uns passiert immer was. Auch wenn es jetzt vielleicht mehr Arbeit sein wird, wir werden ab jetzt vloggen. So kriegt ihr längere Videos, so kriegt ihr bessere Videos und so kriegt ihr echtere Videos. Mila, was heißt eigentlich Fahrrad auf Englisch? Fahrrad? Eiwa. Nein, du hast doch geschlagen. Okay, nicht so gut. Ey, Mila, komm. Wir gehen eine Fahrradtour machen. Wie hast du geschlafen? Das ist doch gut. Was machen wir heute? Wir gehen eine Fahrradtour machen. Okay, wir ziehen uns jetzt schnell an und dann gehen wir erstmal Milas Fahrrad abholen und für uns müssen wir auch noch zwei Fahrräder mieten. Wenn ihr ready seid, würd ich sagen, los geht's, oder? Ja. Eiwa. Ich bin tot. Mila, ich hab nicht geschlafen wegen dir. Du hast uns die ganze Zeit weggetreten und weggeschubst. Hab ich nicht. Hallo. Hallo. How are you? Hey. Nein, wie geht's? Englisch, 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 Englisch. The English languages is the international languages. You must speak in English. Ja, jetzt sind wir vacation. Ich muss hier rechts rein. Bro, can I write to the side? Leute, wir sind international aufgestellt. Mila, rede mal französisch. Falls ihr euch denkt, sie kann, sie kann nicht, sie labert irgendwas. So Leute, wir haben schon mal unsere Fahrräder jetzt. Einfach irgendwelche ausgeliehen. Die gehen aus, als wenn die geklaut werden. Ich find mein sogar ganz sympathisch. Wie findest du mein Fahrrad, Mila? Richtig schön. Jetzt hol mir dein Fahrrad ab. Ja. Risa ist ready, Mila ist ready, Fahrrad ist ready und Rucksack ist auch ready. Ja da Leute, los geht's. So Leute, wir machen gerade unseren ersten Stopp. Ich schließe jetzt unsere Fahrräder an. Was mit dem Gebäude? Voll schön da. Machst du daran schön, Willi? Auf die Plätze. Fertig. Los. Warte Leute, ich spüre, hier sind wir genau richtig. Das ist unser Platz. Hier ist der Platz, um zu sein und zu sein. Luisa, mach keine Scheiße, ey. Krass. So, wir sind fertig mit Essen. Wir haben die Fahrräder jetzt angeschlossen. Wir haben hier irgendwelche Tiere gehört. Hört sich an wie ein Bauernhof. Mala, es gibt hier wirklich einen Bauernhof. Gebt euch. Einfach Schweine. Wie macht ein Schwein, Mila? Jedes Kind liebt Bauernhof. Mila, wollen wir da reingehen? Ich hab keinen Bock. So, die Fahrräder sind jetzt abgegeben. Nicht, dass ihr denkt, wir haben gespart. Deswegen haben wir so kaputte Fahrräder genommen. Das ist ein alter Mann, der macht das seit Jahren. Der verleiht eigentlich auch gar keine Fahrräder. Aber so, tut man ihm was Gutes. Haben wir auch ein bisschen Spaß gehabt mit Mila. Und jetzt fahre ich nach Hause. Meine Mutter hat Essen gemacht. Mala, du schläfst einfach. Wollen wir in Kitzel gehen? Du hast Corona. Guten Appetit. Auch guten Appetit. Nach so einer Fahrradtour brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Stärkung. Danke, Mama. Das ist... Hey, Mama. Oh, hallo, Mila. Hallo. Willst du schon auch riechen? Weißt du, wann das riecht? Ja. Kaka. Ich will meine Hände waschen gehen. So, Mila hat den Hundeangriff überlebt. Mila, wie war es für dich? Mama, voll ekelhaft. Wir gehen jetzt unsere Sachen holen. Und dann geht es schon weiter. Wir gehen trainieren, damit wir werden wie Panzer. Traktor. Der Maschine. So, Leute, ich mache uns jetzt Getränke, bevor wir zum Sport fahren, damit wir gut und konzentriert sind. Schmeckt nicht? Auch schmeckt. Luisa, das ist ein Koffeingetränk. Sie wird nicht schlafen. Sie wird hyperaktiv. Wollt ihr kämpfen? Kommt her. So, Leute, wir sind jetzt beim Training. Mila, bist du bereit? Das ist der Bereich, in dem Luisa und Mila jetzt trainieren werden. Und hier werde ich trainieren. Dann gib mal Gas, Mädels. Okay, Leute. Mila und ich trainieren jetzt unser Sixpack. Als allererstes machen wir die hier, okay, Mila? Komm, wir versuchen. Ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen wird. Knie da raus. Ich weiß. Okay. Komm, wir gucken kurz, was Nada macht. Komm, eins, zwei. Interessant, interessant. Ja, das machte ich, ich balancier. Hey, Leute, die ist krank. War anstrengt? Nein. War la gar nicht? War la gar nicht. Leute, wir werden euch in der Zukunft öfter zum Training mitnehmen, weil es einfach ein Teil von unserem Leben ist. Wir wollten das Thema Fußball bis jetzt einmal nicht so wichtig machen und wir kommen hier nicht einfach zum Spaß her. Wir haben Ziele so. This girl is ready. You are ready. Wait. English in the vacations. In the fractions. In the nations. In the nations. Ein Kontakt. In jedes Feld einmal. Start. What do you say for your performance? Keine Ahnung, was das bedeutet. Hey, wow. So, Leute, wir machen jetzt noch ein kleines Abschlussspiel. Luisa und Mila gegen mich. Der Verlierer muss 20 Liegestütze machen. Luisa und Mila haben zwei Tore, wo sie reinschießen dürfen. Ich habe nur eins. Und ja, ich würde sagen, es geht los. Ja, ich würde sagen, es geht los. Und ja, ich würde sagen, es geht los. So, wir sind wieder zu Hause und Luisa macht gerade Essen und ich probiere mal direkt den Reis. Wir haben französische Zuschauer, deshalb sagt ihnen mal bitte auf Französisch, dass wir ab jetzt nur noch krasse Videos bringen, okay? Okay, dann sagt ihnen mal jetzt, was Luisa Scampis gemacht hat auf Französisch. Okay Leute, wir essen jetzt eine Kleinigkeit, weil ab jetzt werden wir nur noch gesund essen. Nie wieder Bonbons, Chips, Cola oder sonst was, ne? Schluss. Oh, das ist richtig schlecht. Ich habe wirklich Kopfschmerzen und so. Wovon? Von der Radtour, glaube ich. Sie hat doch vorhin für uns Essen gemacht. Wollen wir jetzt Essen für sie machen? Ja. Komm, wollen wir ihr Chips machen? Richtig krasse Nachos. Wir machen die richtig so im Ofen mit Käse, Oliven und so. Erster Schritt, Nachos. Zweiter Schritt, wir brauchen Käse. Leute, wir haben veganen Käse. Walla, der riecht sogar nach Käse, ne? Und dann machen wir ein bisschen hier rauf. Das wird ein richtig krasses Nacho-Gericht. Und jetzt nochmal Käse. So, Tamina, jetzt brauchen wir Oliven. Haben wir Oliven? Hier sind wir da. Und hier ist der Teller. Ich schneide gerade die Oliven. Soll ich dir helfen, lieber Herr? Wie hast du mich genannt? Lieber Herr. Lieber Mann. So, lieber König, das meine ich. Lieber Herr. Frau. Mila, was geht's für eine Scheiße? Zum Beispiel Herr Schmidt. Die Nachos kommen jetzt in den Ofen. Das dauert noch, ne? Ja, das dauert noch 10 Stunden. Wollen wir so lange kämpfen? Komm, kämpfen. Die Nachos sind fertig. Oh, meine Hand. Welcher Mensch macht Oliven warm? Welcher? Wir machen für sie Nachos. Guck mal, wie sie zu uns ist. Leute, wir sind gerade am diskutieren. Mila will bei uns schlafen. Wir wollen auch, dass sie bei uns schläft. Aber Walla, letzte Nacht, sie hat uns umgebracht. Ich schlaf neben ihr. Sie gibt mir Kicks, Bomben und so. Was gibt's dazu noch? Weißt du, was wir machen? Wir gehen zur Mama, wir holen dir deine Matratze und dann kannst du hier schlafen. Okay, Mila, machen wir das so? Okay, das von dir. Okay. Gespuckt ist abgemacht. So, wir gehen jetzt Milas Matratze abfalten. Bist du ready, Mila? Gnader? Ja. Dein Ernst? Oh ja, Ernst. Was für eine Schuhe sind das bitte? Ey, boah. Matratze haben wir, Kuscheltier haben wir. So Leute, das Video ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht zu liken. Dann müsst ihr einfach auf like drücken. Und einfach tschüss, gute Nacht. Sie ist einfach auf�ur. Tschüss, ich bin ganz schlecht. Tschüss, ich bin ganz schlecht.